Und dann die Bummi hier. Die Zeit läuft, wir haben noch knappe 3 Minuten. Und dann auch schon den ersten Banditen, der uns hier ärgern will. Okay, wir haben Raketen. Die habe ich gar nicht gesehen. So geht also zu dem Unbewaffnet, wir haben also doch schöne Raketen, um die Banditen zu ärgern. So, müssen wir da hoch? Ne, sieht erstmal nicht so aus. Rechts müssen wir hoch. Okay, die Raketen sind aber nicht so wirklich Zielsuchen, glaube ich. Noch einer Glückstreffer beim ersten Mal, dass ich den direkt zerstört habe. Oh Gott, noch 2 Minuten. Ich weiß nicht, ich glaube die Zeit fühlt sich wieder auf, wenn wir ein Paket abgeliefert haben. Denn ansonsten wird es echt knapp werden, alle 6 auszuliefern. Dann muss ich mal sagen, da ist schon das nächste Ziel. Paketmann ist da! So, jetzt haben wir noch 2 Minuten. Also wir haben ja eine gute Minute drauf bekommen, glaube ich. Jetzt geht mir ein bisschen Toro hier. Ich werde mich ruckzuck das nächste Ziel erreichen. Sooo... Wissenbendiger als dieses Fahrzeug zumindest, als den ich eben noch hatte. So, fertig. Und auch du! Ey! Der hätte mich doch fast umgestoßen. Fahr ich hier richtig? Oder hätte ich da oben auch gemusst? Dann heul dich. Ne, ich kann auch unten lang. Oh! Nicht hier runterfallen! Oh mein Gott! Das war eng. Und das kostet Zeit. Kriegen wir doch keine Zeit wieder? Eine Minute, 10 Sekunden. Oh mein Gott, das könnte knapp werden. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss jetzt hier rüber. Verdammt! Brauch! Torbo! 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 Torbo, 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 Torbo! Gib Gas climat! Gib Gaspected! Gib Gaszep até! Die Lancer läuft! Und wir werden beschossen. Aber das werde ich mal einfach drängen und ignorieren... weil ich habe einen Job zu erledigen... und die Zeit läuft mir so ein bissehn davon. économique ascendant! Oh, sehr lange Minuten... Ob das über eine halbe Minute durch? Ich hoffe mal, das ist nicht so... Ah gut, ich sehe schon das Ziel von meinem vorletzten Paket Wie komme ich denn da oben rauf? Verdammt, was mache ich? Ich bieg falsch ab! Also gibt's doch nicht 20 Sekunden, das ist doch unwirklich mehr zu schaffen, oder? Ja, muss ja immer komplett außen rum, oder was? So eine Scheiße Ist richtig, soll ich das denn schaffen? 10 Sekunden So, das werde ich noch schaffen Aber dann war's das auch Okay, die Mission ist gescheitert Pff, okay Das war mal echt schwierig So scheiß bin ich jetzt nicht geschraut, bin ich der Meinung Tzäh, doch nicht So, ich brauch ein bisschen Munition für meine Waffen, wo ist denn ein normaler Händler? Ich glaube hier, der hat ja auch normale Sachen zu verkaufen Möchten Sie sich hier ein wenig umsehen? Hallo Koffe! Ich habe nur das Feindste vom Feindste So, was haben wir hier an Ausrüstung, was ist das? Ein Zielfernrohr, ach komm Ah! Kein Doppelklick, Tim So, Zielsuchende Todesklinge, brauche ich nicht Ganaden, Bandagen, Sturmgewehr, habe ich schon Rüstungsupgrade, hört sich doch gut an Schnelllader Nö, brauche ich nicht Obwohl, doch Ja, 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 ja Schwerer nachladen, das ist gut Pistolen-Munition Und Schrot-Munition brauche ich auch Schauschützen brauche ich nicht Mg, ja Und ein paar Bolzen für meine Armbrust, die sind auch nicht schlecht Den Rest habe ich eigentlich noch Komponenten, was sind das hier schöne Sachen Bauplan für Eine Selbstschussanlage Sprengsätze Nö Brauche ich jetzt erstmal nicht Und dann habe ich noch ein paar Sachen zu verkaufen, glaube ich Tötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötöt Wunderbar, den Rest brauche ich im Moment nicht. Und... ach komm, eine Mission mache ich noch heute. Benutze die Senderanlage um Kami zu kontaktieren. Ach komm, jetzt mal die Mission, ja. Für den guten alten Sheriff. Das hört sich relativ lustig an. Ja, oder? Das ist der Hammer. So, ab glaube ich mal beim Caprino. Denn... der ist zwar leider nicht so wendig, aber hat auch nicht Wumms und ist... hält ein bisschen was aus. Denk mal, das zählt erstmal ein bisschen mehr. So, ab ins Wasteland. Und dann fahren wir mal rechts lang. So, ein Frouded Bunker müssen wir fahren. Und die Kollegen... ach, was mache ich denn? Aaaaah, zack. Das war nicht sehr klug. Zack. Nicht schlecht. So, du bist kaputt. Auch wenn mir das überhaupt nichts bringt, außer dass ich jetzt ein bisschen Munition verschwendet habe. So, interessant zu wissen wäre jetzt... Kann ich die Autos so loswerden? Ähm. Autsch. Autsch. Doppel Autsch. So, dann gehen wir mal in den Bunker rein. Der Shrouded Bunker. Bunker. Wie auch immer. Elektrovolts und Wasser sind eine tödliche Exklusi... äh... Mischung. So, zerstöre Sprengstofflage 1 mit einem RC Bombenauto. Wie kriege ich denn die Bombenautos? So, soll ich die hier schon los schicken? Äh, ich hab keine Ahnung. Soll ich die jetzt hier schon los... Ich werde erstmal meine Armbrust zücken. Denn damit kann ich ihn ja töten ohne dass mich jemand bemerkt. Ich werde einfach mal ein Auto los schicken. Okay, ich komme nicht besonders weit, muss ich sagen. Kann ich mir mal sagen, wo das Ding ist, was ich zerstören soll? Toll! Soll ich mich gar nicht durch. Oh na, hätte ich jetzt einsameln können. Oh, das war alles sehr mäßig intelligent, was ich hier mache. Ich bin da drüben, aber ich kann. Hört hier vor. Ah. Komm her. Ja. Hört hier. Kann ich dich einsameln? Ja, dich kann ich einsameln. So. Ich werde jetzt mal hier stehen bleiben. Oh nein, das war dumm. Das war schlau. Äh, nicht schlau, mein ich. Die sterben. Du lebst noch, oder? Mein Freund, lebst du noch? Du lebst noch. Und jetzt bist du tot. Okay, so. Ich komme eh nicht weiter. Das heißt, ab hier muss ich sowieso die kleinen Autos nehmen. Fahr los, kleiner Mann. Ich habe nur leider keine Ahnung, wo ich hier mit hin muss. Aber das sieht schon mal gut aus hier. Haube! Das erste Sprengstofflager schon mal. M.A. 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 Ich sollte einen auch nicht waffen rufen. Aaaaah! Ich will nicht sterben. Aaaaah! Puh! Leute, das war knapp. Das war verdammt knapp. Das war verdammt knapp. Ich glaube, ich fahre hier jetzt erstmal runter. Denn dort komme ich bestimmt irgendwie zum zweiten Sprengstofflager. Aber Autsch, war das eng. So bevor ich wieder ein Auto hier verschenke werde ich erstmal die Gegend erkunden. Die Leute, unsere Hölle sind die Teile. Ich brauche sie jetzt sofort! So, Armbrust. Du bist dran. So, erledigt. Jup, jup, jup. Ist noch jemand, oder? Zeck! Erledigt. Daneben. Erledigt. Erledigt. Ey! Wieso stirbt ihr nicht? Warum brauche ich da aber mal zwei Bolzen? Naja. Na, ihr seid süß. Oh Gott, warum ist das so viele? So, eine schnelle Granate. Ich hoffe, dass es euch weh tut. Hey, ihr lebt ja immer noch alle. Das ist nicht nett. Ich würde mal wieder sterben. Wenn es keine Umstände macht. So, ein Schottkampf in der Lada war doch eine gute Investition. Ey! Das gibt's auch nicht. Ich hab' ich nicht gesehen. Du schweinehund. Ah! Stürbt! So, du bist aber tot. Na komm. Mach's mir doch nicht so schwer. Na komm. Er macht euch fertig. So ist es. Ähm. War's das schon? Ja. Oder gibt's noch jemanden, der sterben will? Du zum Beispiel. Und so, ich komm' mir nicht rein. Okay, ich brauch' einen Schlossknacker. Brauche ich mir doch gleich mal zwei. Oh, ein paar Bandagen, Granaten und ganz viel Munition. Wunderschön. Wunderschön. 600 Schuss für meine MG. Das ist ein Traum. So, was haben wir hier noch? Noch ein paar Pistolen-Kugeln. Also Pistolen-Kugeln. Und irgendwo müsste doch bald mal der Durchgang sein für mein Auto zum zweiten Bombenlager. Ja. Alles klar da drinnen. Mhm. Und da ist hier alles klar. Okay. Da möchte noch jemand... ZACK! Okay, das waren nur mäßig intelligenten. Na komm. Du musst ihn nicht verstecken. Du stirbst doch sowieso. Okay. Schüsse in den Arm machen. Anscheinend nicht so viel Schaden. Da will ich doch lieber wieder meine MG. Mein Sturmgewehr. Du bist tot und ausgebeutet. Akkus. Was liegt hier denn noch rum? Was liegt hier denn noch rum? Was liegt hier denn noch rum?